Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin der CBfunk Rita1997. Ich habe diesen Kanal erstellt, damit ihr was von meinem CBfunknehmen mitkriegt, weil ich habe ziemlich, oder ich mache ziemlich viel mit CBfunk. Und ja... Ich funke ziemlich gerne. Und meine Dateien oder meine Kontakte, die speichere ich auf meinem Laptop. Und zwar auf einem Windows 98 Laptop. Einfach alt, aber kann man gut mit klarkommen, wenn man Audio-Dateien oder wenn man vielleicht mal Textdateien machen will. Und zwar ist es so einer, wie man hier auf dem Bildschirm sieht. Ein normaler Windows 98 Laptop nur mit CD-Laufwerk. Ich habe noch einen mit das Kettenlaufwerk, aber ja, ich glaube, das müsste eigentlich gehen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Hier lädt zum Beispiel nochmal ein allererstes Video, wo ich gerade dabei bin, den raufzuladen auf meinen Kanal. Und ja, das erste richtige Video handelt sich von CBfunk mitten in der Nacht. Habe ich von meinem anderen YouTube-Kanal runtergeladen und dann draufgeladen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Kanal. Ich wünsche mir, dass ihr ein paar Abos da lasst und dass ihr mir auch ein paar Tipps gebt. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt über CBfunk, dann fragt mich am besten. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen schönen Tag. Und ja, bis denn dann. Servus.